Mein Name ist Karl-Heinz Gebhardt. Ich bin Gründer und Leiter des Arbeitskreises Israel innerhalb des Liebenseller Gemeinschaftsverbandes. Wir sind ein Verband unter dem Dach der Liebenseller Mission. Ich möchte sehr gerne, dass Sie mit dabei sind auf unserem Kongress in Berlin. Und warum? Ich glaube, dass Sie dadurch einen Riesengewinn haben werden für Ihr persönliches Leben. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Je mehr, dass ich Jesus kennenlerne, je mehr, dass ich von ihm erfahre, umso mehr nimmt mich das hinein in seine Verwandtschaft, in sein Volk nach Israel. Und umgekehrt, wenn ich mich mit Israel beschäftige, dann wird mir Jesus immer größer. Wir haben als Christen, wir haben als Gemeinde Jesu einen Auftrag an diesem Volk. Jesus ist nicht nur unser Messias, es ist der Messias Israels zuallererst. Dieser Kongress wird Sie zurückführen zu den Wurzeln Ihres und unseres Glaubens. La 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 La